In der japanischen Folklore war Baku eine übernatürliche Kreatur, die Träume und Albträume verschlingen konnte. Dem Mythos nach schliffte Baku aus den Teilen, die übrig blieben, als die Götter die anderen Tiere erschufen. Er wurde als chimärische Kreatur mit dem Kopf eines Elefanten, dem Körper eines Löwen, den Beinen eines Tigers und dem Schwanz eines Ochsen beschrieben, die vor der Pest und dem Bösen schützen sollte. Die Legende besagt, dass, wenn ein Mensch aus einem bösen Traum oder Albtraum erwacht und Baku um Hilfe bittet, das Wesen den Albtraum verschlingt und den Menschen in Ruhe schlafen lässt. Wenn man Baku jedoch häufig anruft, kann die Kreatur hungrig werden und sich nicht nur von Albträumen, sondern auch von den guten Träumen der Person ernähren, ihre Hoffnungen und Wünsche verschlingen und ein leeres Leben hinterlassen. Diese Baku-Legende gibt es seit Jahrhunderten in Japan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017